Willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Edition. Ich werde angerufen, es ist Lola. Sie schaut sich mir vom Strand die Wellen an und die glitzern total toll. Und sie hat Hunger. Deswegen hat sie mich angerufen und mit diesem Wissen gehen wir in den Doppelkampf hier. Mit, ja, mit Maguita Morbel, warum denn nicht? Hallo? Ich würde überall hingehen, um meine elysischen Pokémon zu präsentieren. Okay, tolles Wort. Wenn diese Pokémon sich gegenseitig helfen. Es gibt einen lieblicheren Anblick. Joa. Und Fahrspun. Pokéfan Isabel und Pokéfan Kazimir. Plus und Minon. Joa. Dann würde ich mal sagen, der eine hilft dem anderen, machen beide Heuler. Das ist natürlich blöd für beide. Lebensschuss sehr effektiv und du bist weg. Rechthand hat ja sehr viel gebracht übrigens, weil Heuler und so. Wie dem auch sei, da kommt jetzt noch ein Plussel. Dann hat der andere wahrscheinlich noch Minon. Will zumindest Sinn machen und der hat eine Sinnebeere. Das ist toll. Dann mach nochmal so und nochmal so. Dann mach ich die Hand. Und dann bist du weg. Ich glaube, das kann ich ein bisschen vorspulen, weil da passiert, glaube ich, nichts Interessantes mehr. Und tschüss. Und sie wurde besiegt. Oh, schön, das reicht nicht aus. Hast du kein Mitleid? Sollte ich? Ich bin hartherzig. Das war schon nah dran einer Pokémon-Präsentation. Ich möchte es so oft wie möglich im Publikum haben und deswegen... Da geht's weiter. Was ist das? Drei Schritte und zwei Schritte und du erreichst das wundersame Heldsauce. Eins, zwei, drei, eins. Ich hab's geschafft. Du wirst beobachtet. Du wirst beobachtet. Was? Woher wusstest du, dass ich... Ich hab nix gesehen und hab... Hab gesehen, dass da irgendetwas war, wegen dem du wirst dich beobachtet und dann hab ich mich umgeschaut. Siehe und staune, ich bin das größte Leben im menschlichen Mysterium in ganz Höhen. Man nennt mich Rätselmeister. Er freut mich, dich zu kennen. Du willst... Bist du welches Rätsel aus der Herausforderung? Deshalb bist du doch hier. Ja, ja. Betrachte Herausforderung als angenommen. Dritte, der die Schrittrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Okay. Ja, ich geh einfach mal. Oh, Trainer. Ich hab mir den Weg zum Sieg mit dem Zerschneider, den wir gerade gelernt haben, gewarnt. Und deswegen bist du noch am Anfang. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, das ist sehr ungünstig eigentlich. Aber ich wollte Fritzeblitz trainieren. Absorber. So, paralysiert. Darfst nicht angreifen. Tackle. Oh, wow. Das bringt's. Deswegen wechseln wir. Ähm... Auf... Morbel. Obwohl, das ist vierfach effektiv. Das war vielleicht nicht so schlau. Indizient Absorber. Vierfach effektiv. Äh, paralysiert. Hallo, äh, wie wär's? Gut, das ist eine Luft. Lockduft machen, da ist es weg. Markuita Level 18. Jetzt hab ich's nicht gelesen. Aber ich hab jetzt keine Lust da drauf. Ich muss meine Pokémon heilen. Miau. So. Ja, ja, immer wieder gerne. Ich wollte Fritzeblitz doch ins Team nehmen. Das heißt, ich mach's nach vorne. Und dann ist hier noch ein Fritzeblitz, was ein Level höher ist. Warum hab ich das nicht genommen? Oh nein. Gut, dann gehen wir mal weiter. Äh, Angriffsplus. Sehr nötig. Dann ist hier ein Trainer. Ich hab ihm im hohen Gras einige coole Pokémon gefunden. Dann zeig sie mir doch. Das ist ein Stallunior. Ja, das ist sehr perfekt für ihn. Ich würd sagen, Bodenattacke und er ist weg. Nein, ich wollte keinen Bericht. Ich wollte... Tausch. Metallklau. Das ist nicht sehr effektiv. Nehmen Schuss und du bist tot. Morbel, Level up. Und Fritzeblitz. Ja, ich möchte wechseln. Und zwar zu Fritzeblitz. Epic Battle. Nichts, weil ich jetzt auswechsel. Lass Papinelle machen. Der hat eh keine Elektroattacke. Absorber. Bam. Wow. Äh, mach mal Stachelspore. Darf er sich vielleicht nicht bewegen? Dann darfst du wieder absorbern. Bis die Schwarte kracht. Ja, du kannst ruhig noch tausendmal Jaula machen und dann bist du tot. Nur kurz, das enthilft einem nicht zum Sieg. Doch, tut. Das siehst du doch bei mir. Haha. Tipps für Trainer. Die Items und Beute können mit Select Angor... Ja. Toll. Ähm. Da ist Maike. Die möchte mich bestimmt... Lass einfach Fritzeblitz vorne und ich wechsel dann. Hallo. Hi, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wäre nicht auf der Suche nach weiteren Pokémon. War so meine Pokémon stärker geworden. Daher wäre es mit einem Kampf. Okay. Wingull. Level 18. Ach, du Schande. Was soll denn ein Wingull gut? Mach einfach mal mit dem Starter rein. Superstrahl. Okay. Dann... Ach, das war vielleicht eine doofe Idee. Ja, Tackle. Geht es doch gar nicht so schlecht. Außer singt mein Angriff. Warum geht mein Attacke... Warum geht Tackle zweimal hintereinander daneben? Das ist voll doof. Zu... Waptain. Ja, ich möchte wechseln. Und zwar zum... Papinella. Hat vierfach Resistenz. Level 20. Nicht schlecht. Und hat Windstoß. Zwei Windstoße und du bist weg. Wow, 603. Vielleicht hätte ich zu Fritzeblitz wechseln sollen. Schneckmark. Kann Makuhita machen. Das ist ja auch Gestein. Deswegen ist auch Kampf sehr effektiv. Gainer. Hä? Ah, nee, der ist noch gar kein Kampf. Ich habe ihn verwechselt mit seiner Folgeentwicklung. Makargu war genug Gestein. Ach, du Schande. In einem Wort. Du bist besser, als ich gedacht habe. 1200. Da kannst du mal sehen. Hey, du hast doch fleißig trainiert, nicht wahr? Ich denke, du verdienst eine Belohnung. Ein Detektor. Basis-Item. Das ist ein Detektor. Probier mal aus. Wenn irgendwo ein Item versteckt ist, gibt da ein Geräusch von sich. Es hört sich aus meinem Mund ist zwar blöd an, aber bis dahin solltest du vielleicht viel mehr trainiert haben. Und die ist mit dem Fahrrad weggefahren. Wer ist Minun? Flucht unmöglich. Oh, paralysiert. Dann mach halt so. Es hat keine Wirkung. Lebensschuss. Tschüss. Hey, Level 13. Dann gehe ich weiter. Ist das ein Doppelkampf? Jetzt bin ich entkommen. Ja. Zeigst du mir deinen Programm nur ganz kurz? Ja. Okay. Volle Kanne. Wenn du den Rhythmus nicht halten kannst, bist du verloren. Sammler und Gitarrist. So, Fritzenbild ist natürlich total falsch hier. Und deswegen kommen mal hier Dings rein. Lebensschuss. Und dann ist der schon mal weg. Tschüss. Volto Ball. So, aber okay. Macht, was ihr denkt. Ja, als wenn ich Morabell angreifen möchte. So. Jetzt müsst ihr eigentlich beide sterben. Du bist weg. Und du nicht. So, und noch ein Planers. Tackle und Tackle. Und ihr seid verloren. Ich möchte meine Sammlung vervollständigen. Du hast den Rhythmus im Blut. Was hat das mit Rhythmus zu tun, frage ich mich? Ich soll mit Trainer Rufeinträge. Mua. Silvst du mit Trainer? Der Gegner kann mal realisieren. Nee, echt? Mua. Myrapla. Mh, do not want. Ich könnte übrigens. Ich hab doch bestimmt noch ein Paraheiler. Paralyse aufgehoben. Ist ganz klar. Vielleicht sollte ich... Ah, Flucht unmöglich. Mach halt so. Mach was du denkst. Das war doof. Oh, darf ich nicht fliehen? Danke. Meine Güte. Ich wollte Schutz einsetzen, oder? Natürlich geht meine Attacke wieder daneben. Volltreffer. Okay, das war ausgeglichene Gerechtigkeit und du bist tot. Meine Güte. Was ist das für eine nervige Route? Darf ich bitte weg? Lässt du mich bitte fliehen? Danke. Beutel. Schutz. Gib mir Schutz. Hier muss irgendwo Schutz sein. Da. Und ich mach mal Makuhita auf zweite Stelle, weil... Keine Ahnung, warum. Weil es geht. Und Doppelkampf. Ich habe deine Absichten vorhergesehen, daher werde ich nicht verlieren. Ich bin vom Küstenradweg heruntergefallen. Und da ich diese Peinlichkeit vergessen will, musst du jetzt gegen mich kämpfen. Und warum sagst du mir das überhaupt, dass du darunter gefallen bist? Und wie hast du das überhaupt unverletzt überlebt? Frage ich mich. Du wirst natürlich wieder voll deplatziert, deswegen kommen Morbel rein. Und nein, ich wollte keinen Bericht machen. Und du machst dann einfach einen Überwurf auf Magnetilo. Kraftreserve. Superschall. Scheiße. Komm, greif an. Du bist weg. Dann auch einen Lebensschuss. Und... einen Tackle. Und das war's mit... Tier. Hast du noch einen? Nein. Ich konnte nicht einmal meine eigene Niederlage vorhersehen. Ups, ich habe verloren. Schon wieder abgestürzt. Ein Elixier. Yay. Lass mich einfach hier durch. Und da ist noch ein Angler. Vielleicht geschafft. Fritzel blitzt ihn sogar alleine. Hey, schleich dich nicht so von hinten ran. Das war nicht meine Absicht. Okay, hat keine Chance. Paralysieren mal. Gift Stachel. Tackle ihn. Tackle ihn. Tackle ihn tot. Du schaffst es. Yay, er hat gewonnen. Level 14. Walmer? Machen wir mal eine Donnerwelle. Ich wollte gerade Aquawelle sagen, aber das hätte keinen Sinn gemacht. Dann darf Papinella nochmal, obwohl er paralysiert ist. Au, 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 au. Mach Absorber. Danke. Und der ist paralysiert und darf dich angreifen. Das ist gut, ein Volltreffer und der ist tot. Level 20. Morgen. Was? Morgen Grauen? Ja, was bringt das? Das kenne ich gar nicht. Füllt KP auf. Die Menge hängt vom Wetter ab. Okay. Ähm, brauche ich Tackle noch? Frage ich mich da. Eigentlich nicht, oder? Mach mal Morgen Grauen rein. Das kann gar nicht mal so unpraktisch sein. Walmer. Nochmal. Ich hätte nochmal zu Fritzelblitz wechseln sollen, weil... Ach, komm. Ja, Platscher. Du bist mir lustig. Du kannst nichts. Geh weg. So. Äh, Nomantendacher oder das Fritzelblitz jetzt nochmal versuchen. Letztes Mal hat er es ja grandios geschafft und deswegen... Versuch es nochmal mit der Donnerwelle-Taktik. Darf dich angreifen. Tackle. Giftstachel. Tackle. Darf dich angreifen. Tackle. Oh, vergiftet. Schade. Und du bist tot. Yay. Ich hab verloren. Verflixt. So. Ach ja. Heil. Gift. Ich hatte bestimmt noch Gegengift. Ähm. Da. Viermal heist sogar. Vergiftung wurde geheilt. Jetzt machen wir meinen Trank. Hier auch. Oder war hier irgendeine Heilmöglichkeit. Küsst den Radweg. Ich nehme einfach mal diese Nanane-Beeren. Ich weiß noch nicht, was sie bringen, aber ich nehme sie trotzdem mit, weil sie können ja nicht schaden. Was möchtest du? Zwei Straßen. Eine oben, eine unten. Eine Straße für Menschen und eine für Pokémon. Das ist reicht und billig. Wie wäre es sicher ein Spaß, mit einem Fahrrad volle Pulle den Radweg entlang zu lösen? Ja, kann sein. War so klar, dass jetzt eine Stadt kommt. Hey, hast du in letzter Zeit Fernsehen gesehen? Nicht wirklich. Da gibt es jetzt jede Menge coole neue Shows auf RTL. Fernsehen ist so cool. Plötzlich habe ich meine Freunde im Fernsehen gesehen und da haben sie mich ausgelacht. Und manchmal, da zeigen sie dich im Fernsehen und du weißt es gar nicht. Ich möchte auch im Fernsehen sein. Meine Güte. Schutz wirkt nicht mehr. Oh nein, ich werde sterben. Und das möchte ich haben. X-Tempo. Ich möchte es doch nicht haben. Darf ich es wieder wegwerfen? Weißt du, es ist cool, dass es Pokémon-Kämpfe und all das Zeug gibt. Aber wenn ein Pokémon verletzt wird, dann musst du es gesund pflegen. Apropos das. Ich könnte hier. Nein, nicht nochmal. So, und das zieht immer nach Fahrrad. Aus. Nun, was haben wir denn hier? Ich? Du kannst Radler zu mir sagen. Besitzer, Turboträter, kommst du von weit her? Ja, Wurzelheim, meine Güte, weit, rät, könntest du leicht. Ich sag dir was, ich werde dein Rad geben. Ohne Singunghunde. Zwei verschiedene Räder. Das Rad und das Kunstrad. Alle Räder für Leute, die schneller sein sollen. Kunsträder für Leute, die Techniken beherrschen wollen. Damit ich ein richtig weiches Pferd habe, darfst du dir eines aussuchen. Ähm. All. Wenn du Räder tauschen möchtest, komm einfach wieder vorbei. Na dann. So eine Fahrradläden möchte ich im Real Life fahren. Okay. Ähm. Das wäre zu viel verlangt. Jetzt frage ich mich, was die Route rechts gewesen wäre, wenn ich da rechts lang gegangen wäre. In der letzten Stadt. Ähm. Ich gucke mal hier in den Markt. Was hast du denn schönes jetzt? Pokéball super, weil super dran gegen Giftpareil. Blablabla. Äh. Wie viel habe ich davon? Zehn. Das reicht. Gut. Ähm. Ich gucke mir mal die Karte an. Die war auch hier. Ich habe doch eine Karte, oder? Habe ich überhaupt eine Karte? Ich habe gar keine Karte. Ich glaube, die habe ich verpasst, weil man kriegt doch bestimmt schon eine Karte. Beerenpulver. Ne, ernsthaft? Habe ich die Karte irgendwo vergessen? Wäre nett, wenn mir das jemand sagen könnte. Und ich könnte ja jetzt mit dem Rad durch. Ja, ich fahre mit dem Rad einfach zurück. Das ist voll gut. Bring dein Rad mit. Ich habe mein Rad doch mit. Oder darf ich noch nicht drauf fahren? Ja. Dann fahre ich mal mit dem Rad. Jetzt sind doch bestimmt auch nochmal Trainer. Gefällt es dir ja wie mein Raben? Schwarzes Haar am Wind weht. Du hast pinke Haare. Nein, hast du nicht. Du hast die Kappe auf. Ich habe mir nur deswegen Haare wachsen lassen. Sehr schön. Triathlon. Er hat irgendwas von Triathlon gesagt. Und Elektro-Pokémon. Und Stahl-Pokémon. Deswegen kommst du. Komm, überlebst. Danke. Meine Güte, bist du fast nach einem Kampf tot. Level 19. Mogelheap. Ja, es ist so stark wie Tackle. Sogar stärker als Tackle. Trifft nur in der ersten Runde und lässt den Gegner auf jeden Fall zurückschrecken. Also Tackle weg und Mogelheap rein. Bogenkönste sind auch hart. Ähm... Nur mal versuch... Komm. Hey du, kannst du mit mir mithalten? Keine Ahnung. Dafür müssten wir fahren und nicht kämpfen. Ist das logisch? Ich glaube ja. Ähm... Ja, Maruita eigentlich. Aber der ist fast tot. Der hat ja keine Schwebe oder sowas hoffe ich. Gut. Hey, Level 15. Erlernst du mal eine Elektroattacke oder so? Level 22. Noch ein Magnetilo. Geh nochmal rein, Fritzel. Hälfte den Fritzel nennen sollen. Wäre ein total einfallsreicher Spitzname gewesen. Warum mache ich Tackle? Weil ich mich verklickt habe, weil ich vorspulen musste, was total schlecht ist. Du hast die Schallmauer durchbrochen. Ja. Ich habe so schnell vorgespult, dass ich die Schallmauer durchbrochen habe. Stimmt. Küstenparkplatz. Willst du kämpfen? Oh hey, du hast ein Rad von Radler. Das ist mehr als offensichtlich. Radler, 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 Radler. Da haben wir es überall. Der solltet damit überall rumfahren. Eine bessere Werbung gibt es nicht. Warum will er denn, dass ich Werbung gebe? Nur keine Panik, wenn dein Rad immer schneller wird. Deswegen spule ich beim Fahren nicht vor. Ich hätte Marguerite heilen sollen Aber nein, warum sollte ich? Das wäre zu leicht Deswegen mache ich das einfach so und dann bist du tot Was hältst du davon? Ah, wieder nicht gelesen Die labern eh nichts wichtiges Ach komm, ist egal Hab jetzt keine Lust, das alles vorzulesen Ähm Mach mal so Hast du noch Hast du ganz viele Magnetile? Oh ja Dann Mach ich einfach so durch und dann bist du weg Wollt du mal, okay Und tschüss So Was der gesagt hat, hat mich jetzt mal nicht interessiert Pass auf, ich glaube du hast keine Übung im Radrennen Habe ich auch nicht, aber warum sollte ich auch eins haben? Mach mal so Und dann probier's Yay Und du bist tot, warum beide nur Level 6? Frage ich mich da Wow Ladevorgang, jetzt hab ich aber Angst Und das wollte ich gar nicht Du musst nochmal Ladevorgang Was sehr viel bringt Scheint hier noch gar nicht die Spezialverteidigung zu erhöhen Ich dachte, das wäre schon immer so gewesen Magnetilo Donabelle Paralyzia Superschall Du bist verwirrt Ich bin verwirrt Mach einfach Marguerite Stirbst du oder Ah, du darfst mich angreifen Das ist gut Metallser und Spezialverteidigung sind stark Aber das ist mir egal Weil du jetzt tot bist Yay Oh, pass auf Meine Bremsenversagen Fahr mich bloß nicht tot Dann zeig ich dich an Neue Techniken zu lernen Gibt dem Radfahren erst die Würze Einige Rotte kannst du nur Äh, mit den richtigen Einzelsohnische Wow Ja, was weiß ich Dass es da um Schnelligkeit geht Meine Güte Wie kann ich vom Rad Muss ich extra in den Wolter Um das Rad Äh Abzusetzen Weil ich möchte es jetzt gerade nicht mehr Ich möchte mein Pokémon nochmal heilen Und dann die Route nach da links Also in dem Part habe ich bisher genau nichts geschafft Das ist sehr schön Hier links war ich doch noch nie, oder? Ja Ähm Dann darf Makuhita nochmal Schwache Spur Oh Ich rede gar nichts Weil ich mich gerade Das Kind jetzt etwas genervt hat So, jetzt bist du aber tot Es stört es euch übrigens Wenn ich so schnell vorspule Wenn irgendwer bis hierhin geguckt hat Dann soll er mir jetzt bitte schreiben Ach Jetzt lerne Elektroattacke Und Rosalia Pritzelblitz Yay Du darfst dort Nabele einsetzen Damit du paralysiert bist Und es darf nicht angreifen Das ist gut Oh Absorber Dann mache ich doch lieber So Und dann kriegst du einen Windstoß In dein Gesicht Und dann bist du weg Was hältst du davon? Vom Duft nicht ablenken lassen Das stimmt Und das sind Zwillinge Deswegen werde ich Papinella mal auf zweite Stelle machen Wir kämpfen als Team Oh, das ist so eine Standard Kombi Aber okay Rechte Hand Wow Die machen beide rechte Hand Wie genial ist das denn? Und jetzt darfst du den anderen auch noch paralysieren Und du absorbst einfach weiter So Dann mach mal Tackle Und du machst Der Absorber weiter So, Tackle Das Plusse sollte jetzt tot sein Hoffe ich Jo Du darfst nicht angreifen Hat wahrscheinlich wieder rechte Hand gemacht Was sehr unnötig ist Aber Naja Du bist paralysiert Darf dich angreifen Und du bist weg Schwester jetzt Wir haben verloren Wirklich Wir sind viel besser geworden Das beweisen wir dir das nächste Mal Oh Ach hier Du Mein Pokémon ist einfach anbetungswürdig Nur keine Scheu Ich zeig's dir Ich wollte es gar nicht sehen Ein Ege Ein Ege Oh wie niedlich Das wird gleich mal paralysiert Dann wird's getackelt Bis es tot ist Oh Schambeutel Ähm Wahaha Waha Ich wechsle Hap Papinella Mach Absorber Sauk ist tot Sauk ist tot Saug ist tot Wo du bist weg So Miguel besiegt So was aber auch Mein geliebtes Pokémon Äh Guck mal Wie schnell der rennt Ok Ach Meine Angeschnur hat sich verheddert Deswegen Deswegen muss ich die ganze Zeit hoch runter rennen Das ist total anstrengend Weißt du das? Gut Wow. Ich glaube, der kann nichts machen. Den muss ich nicht mal heilen. Oh, den Tacher. Ich mache einfach so. Moment, ich mache es so. Ich finde es interessant, dass man hier noch alle Items, die man hat, auswählen könnte während des Kampfes. Auch die, die gar nichts bringen. Superschall. Toll. Dann habe ich mich halt umsonst geheilt und schicke Makuhita in den Kampf. Giftstache, ja. Kannst du mich nicht vergiften. Ich bin schon paralysiert. Mö. Diese scheiß Verwirrung. Geh weg. So, Carpador. So. Lebensschuss. Tot. Ach, verloren. Jetzt bin ich noch wütender. Hier könnte ich surfen, aber das kann ich halt noch nicht. Wenn du von dir das Meer überquereichs Royale statt, ist das nicht ein praktischer Tipp? Ja, man hätte auch auf eine Karte gucken können, die ich irgendwie nicht habe. Also, ich denke, ich gucke auf Screen einfach mal, wo ich, äh, wo es die Karte gibt. Und hier ist schon wieder ein Doppelkampf. Wie viele gab es denn früher davon? Das ist ja voll geil. Moment, ich mache mal, ähm, Trank. So. Und noch mal ein Paraheiler. Und dann mache ich Makuhita an zweiter Stelle, weil ihr zwei seid noch nicht so gut gelevelt. So. Boah, wie kannst du nur an so etwas so kleines hineinpassen? Hatte ich mein kunstvolles Gitarrenspiel angelockt? Nicht wirklich. Makuhita und Voltoball. Okay, Donnerwelle auf, ähm, Makuhita. Und Überwurf auf Voltoball. Oh, Sandwirbel. Noob-Taktik. Ah, ich habe Mogelheb vergessen. Ich werde versuchen, da dran zu denken, aber das wird nichts. Warum mache ich das eigentlich, wenn er jetzt eh sterben wird? Ich weiß es nicht. Also mit der Donnerwelle. Yay, Ruckzuckheb. Wow. Ja, mach den Scheiß, äh, äh, jaula weg. Den werde ich eh nie einsetzen. So. Wow, jetzt ist Makuhita draufgegangen. Nein, das war doof. Du machst lieber den Ruckzuckheb und du machst den Windstoß. So, und tschüss. Boah, dieses Kind hat's drauf. Meine Einmannschau ist ruiniert. Das stimmt. AP Plus, yay. Dann gibt's hier noch ein paar Bären. Yonago-Bären. Die AP-Auffinden sind also gar nicht mehr so unpraktisch. Oh, nochmal da. Und ein Megablock. Ich möchte gucken. Ach, ich kann, dann könnt ihr mal rein theoretisch einfach mal gucken, äh, wie das, wie der Detektor hier funktioniert. Okay. Nichts, keine Anzeige. Muss man also jedes Mal neu drücken. Das ist ja Beruf noch hier gewesen, aber egal. Dann war auf dieser Route also nix. Nein, das wollte ich nicht. Das Rätselhaus mache ich jetzt einfach mal nicht, weil ich da gerade keine Lust drauf habe. Und der Bart ist schon wieder viel zu lang und jetzt habe ich schon wieder, außer sehen, ähm, oh, bringe ich ein Draht mit. Ja, ich habe doch ein Draht. Kann das nicht irgendwie automatisch ausgerüstet werden? Scheiß Typ, lass mich durch. So, dub 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 dub. Oh, voll Idiot. Oh, dub 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 dub. So, so kommt man doch viel schneller durch. Dann bin ich wieder hier. Wenn ich hier reingehe, ist das Rad doch bestimmt weg. Gut. Was war der einzige Sinn davon, da reinzugehen? Weil, wenn du rustet, hier ist eigentlich noch eine Arena. Ich habe mich hier noch gar nicht umgeguckt. Das sieht mir doch sehr nach Arena aus. Walter, der Mann, der die Spannung legt. Elektro-Arena. Ich glaube, es gibt ein Pokémon, dass dieser Junge mehr Pepp hat, aber er hat zu viel Pepp. Och, bitte Onkel, bitte. Ich möchte in dieser Arena antreten, um zu sehen, wie gut ich bin. Darf ich bitte? Nun, hör mal auf, Heiko. Seit du mit Pokémon zusammenlegst, bist du viel stärker, aber du überforderst dich in der Arena. Ich bin nicht überfordert, dann geh doch in, ähm, die erste Arena. Wenn ich die Kräfte von Traster kombiniere, besiege ich jeden. Oh, hi, Rayman. Seit du uns das letzte Mal bin ich viel stärker geworden. Ich möchte von dir und meinem Onkel verstanden werden. Würdest du mich... Dann machen wir diesen Kampf noch. Moment, der Kampf eine, vielleicht halbwegs interessante Sache hat. Der hat nur seinen Traster, weil er will 16. Donnerwelle. Ach, Synchro. Doppelteam. Willst du mich verabeln? Aha, ich mach trotzdem Falltreffer. Rückzug weh und du bist tot. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe verloren. Hat's dich gewundert, du hast mich mal eins meiner Pokémon besiegt. Onkel, ich gehe zurück nach die Wiesenflur. Herzlichen Dank, dass du mich zerstört hast. Trainer zu sein, Trainer zu sein, verhangt viel von einem. Man besitzt nicht einfach nur Pokémon, lässt sich kämpfen. Es braucht mehr. Und zwar gute Attacken. Äh, nicht niedergeschlagen sein. Stärker, stärker, nix. Komm, wir gehen nach Hause. Da waren alle schon zu dich. Du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat. Warum besuchst du uns nicht? Bin mir sicher, Heiko würde sich freuen. Schatz Gott. Ach, schon wieder der. Ja, ich habe zweimal Rückzug hier eingesetzt. Das war so toll. Ich bewundere es euch, Trainer. Ich freue dich an. Ich mag den Typen nicht. Der nervt. Und ich würde sagen, das war's für diesen Part. Vielen Dank fürs Zusehen. War jetzt vielleicht nicht so mega cool, aber nächstes Mal machen wir die Arena. Da werden wir richtig schön durchsweepen mit unserem, ähm, Mauerabel. Bodenattacke. Hehe, wird kein Problem. Bis dann und tschüss. Und wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, falls sich das einer angeguckt hat, ähm, mit, soll ich, kann, darf ich ruhig alles so vorspielen, so, nja, oder ist das nervig? Weil dann höre ich auf. Ende schön. Ende schön. Ende.